Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Eier mit Manchego. Eier mit Manchego sind herzhafte und sehr typische Tapas. Sie können aber auch eine spanische Vorspeise sein. Für sechs Personen werden folgende Zutaten benötigt. Sechs Eier, circa drei Esslöffel frisch geriebener Manchego, zwei Esslöffel Mayonnaise oder ein Fertigprodukt aus dem Handel, Kopfsalat, zwei Esslöffel in Röllchen geschnittener frischer Schnittlauch, frische rote Chili, frisch gemahlener, weißer oder schwarzer Pfeffer, Meersalz oder grobes Salz aus der Mühle. Folgende Utensilien werden benötigt. Topf, Messer, Schneidebrett, Feinsieb, Schüssel. Zubereitung Die Eier hartkochen, pellen und halbieren. Das Eigelb vorsichtig aus dem Eiweiß lösen. Das Eigelb durch das Feinsieb in eine Schüssel streichen. Darüber den Manchego geben. Die Chili waschen, halbieren, das Kerngehäuse herausnehmen und hacken. Chili und Schnittlauch zum Käse dazugeben. Mit Salz und Pfeffer würzen. Gut verrühren und abschmecken. Die Masse in die Eiweißhälften großzügig einfüllen. Den Salat zupfen, waschen, trocknen und sortieren. Auf sechs Tellern den Salat so anrichten, dass man ein schöne grünes Blatt von außen und ein schönes Blatt aus dem Inneren hat. Darauf die Eier anrichten. Als Beilagen eignen sich ein trockener spanischer Rotwein oder Sherry. Weitere Tapas. Diese Varianten gibt es. Zur Dekoration und zu Geschmack passen auch ein paar Blätter Rauke. Man kann auch Gouda benutzen, wenn man keinen Manchego bekommt. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! !